Ja, einen ganz wunderschönen guten Morgen. Ich bin aus Kroatien und sitze da gerade so in Strandnähe, in so einer kleinen Bucht in der Nähe von Rovin. Ja, und genieße es gerade sehr, in mir zu sein. Wirklich wieder so Energietanken aus dem Inneren, aus der eigenen Schöpferkraft. Und nicht nur immer dem zu folgen, das von außen einem implementiert wird, sage ich mal, sondern den inneren Impulsen zu folgen. Das sagt ja das Wort schon. Impuls sein heißt aus dir heraus dein Leben ins Fließen zu bringen. Und dass du das für die entdeckst, deinen Impulsen zu folgen, wünsche dir das wirklich von absolut ganzem Herzen. Alles Liebe. Danke. Danke.